Ah, da ist ein Rauchzeichen. Holy shit, was geht denn hier ab? Was ist denn da los? Hier liegen zwei Tote. Ey, da schlankt gerade was. Ach geil, die WM-29-Pistole. Da liegt sie ja. Und er kommt nicht durch, weil der Sparrow da so scheiße steht. Ja, hat doch geklappt. Na geil, das werde ich mal testen dann. Ach, da ist er ja. Boah, Scheid, den verspare ich mir da mal. Sie macht auf jeden Fall mehr Schaden als die taktische MP. Hat eine bessere Genauigkeit, eine bessere Schussweite. Gut, Feuerrate ist weniger, das ist klar. Aber für die Pistolen ist sie schon stark, würde ich sagen. Boah, die schießt schon schnell für die Pistole. Die Schussweite ist echt stark. Feuerrate auch gut für eine Pistole. Gut, gegen Maschinengewehr ist natürlich schwierig. Das ist ja der Weg. Ja, geht doch. Gut, gegen Maschinengewehr ist das gleiche. Sophie hat Frau her, die Schussweite ist es schon stark.